Yo, liebe Fans, hier ist Manuel Omaira Chau. Meine Facebook-Seite ist zurzeit gesperrt, deswegen mache ich eine kleine Videobotschaft über K1. Ich würde euch was sagen. Bushido, am 12.04. wenn ich boxe in Bonn, kann deine Frau zugucken. Ich brauche einen richtigen Mann wie ich, du Hund. Du nennst mich Hund, die Ebene Scharmut. Und alle deine Leute, die mit dir sind, ich ****** jeden einzelnen von denen, du ******. Hast du gehört? Du bist der größte ******, den ich kenne. Und Shendi werde ich selber ******. Shendi werde ich selber ******. Dafür werde ich sagen. Merk dir eins, du Hund. Du hast deine Grenzen überschritten. Ich war damals in Berlin alleine bei euch. Alleine bei euch in Faka. Deine Hunde sind zu mir gekommen, haben sich mich in den Arm genommen, der Ebene Scharmut. Ja? Der nennst mich, ich bin ein Hund. Du ******. Deine Frau werde ich noch besser als müssen. Ich bin sehr ******. Damit mich heiratet, du Hund. Zwei alle gelben. Und für euch auch alle, ich ****** alle. K1 ist Nummer 1. Zwei.